Let's go! Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Warhammer. Verstehe ich mich. Ich sehe nichts. Ach, Sprinten kann man ja nicht hin. Richtig, richtig, richtig. Finde das Schwarzpulverlager. Nichts leichter als das. Bist du da runtergegangen, rechts? Ja. Äh, meine geht nicht runter. Oh, Alter, jetzt bin ich fast runtergeflogen. Zerstöre sie. Lass mir mal was übrig. Komm her. Oh, ich hab's noch sammeln. Oh, okay. Oh, ich hab's noch sammeln. Oh, ich hab's noch nicht mehr. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Rar. Rar. Oh, da kommen wir gleich. Ganz so viel Krott. Hast du... Ich seh nichts mehr, nur noch Blut. Was hat denn ein Problem? Hast du? Wieso? Ich seh nichts. Ja, da unten bist du. Oh! Ich komm nicht an den Typen, der da mit dem... ...fein schießt. Ich kriegte mich. Ich bin da... Oh! Ich muss jetzt... Oh, er ist tot. Alter, das war jetzt... Ich bin da nicht rausgekommen. Der hat die ganze Zeit auf mich geschossen. Rechts. Aber sie sind noch gut überlebt. Ich geh mal rechts runter. Also einmal leben... Einmal leben nehmen musste ich. Achso. Okay. Der fassaut. Hier ist ne Bombe. Nice. Nice. Oh, oh. Ach, meine... meine spezielle Fähigkeiten denke ich nie dran. F. F. Ja. 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 Was ist denn da? Vielleicht geht irgendwas. Ich nehm alles. Das ist ne Botewürfel. Yeah. Yeah. Ja. Jetzt müssen wir da wieder runter. Seid ihr alle blint? Hier rum. Ja. Ja, ich will fahren. Oh. Ich wollte auch grad ran springen. Scheiße. Es geht nicht. Es geht nicht. Schiebe den Kahn jetzt. Komm, schieb mal. Ich geh schon mal fallen. Ich mach mich da drauf hocken. Ich mach mich da drauf hocken. Oh. Es geht nicht. Oh Gott. Geht nicht weg. Oh Gott. Es geht nicht weg. Es geht nicht weg. Es geht nicht weg. Oh Gott. Auf der Waffe, ich werde die Waffe, aber das bin ich nicht nehm. Meine Muni ist immer so knapp, deswegen... Stell... Wie stelle ich die rein? Achso, schmeißen. Okay. Ihh. Hu! Alter, voller Scheiße. Schützt mich! Schützt mich! Wo hast du schon? Vorne? Geil! Geil! Jawoll! Easy going! Ey, bleib da! Warte auf! Meine Muni ist alle! Nein! Nein! Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns! Fassig! Ach, sind wir da wieder? Nein! 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 Wir sollten zusammenbleiben! Ich komm grad da nicht durch! Ich komm grad da nicht durch, wegen dem Typen da! Ja! Im Kreis Ihn wollte ihn angreifen und dann Cho cater Wo Wo seid die alle hin ? Links in den Gang bin ich reingegangen weil da n MediPack war Ich bin da wieder Ich hab nur den MediPack geholt Die Drei So, das war ich jetzt. So. Das war ich jetzt. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Oh! Oh, shit. Oh, ja. Ihhh, au. Was soll das? Aua! Denk dran zu blocken bei dem. Warte mal, ich bin hier im Arten rein. So. Weiter Würfel. Nein, den war ich. Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn verdient, nicht du. Du weißt schon, dass das immer geteilt wird? Ja, ich weiß. Ich glaub hier weiter. Okay, hier ist irgendjemand da. Ich brauch Moni. Ähm. Blöd. Du mit deiner Langwache bist hinter mir und schlägst durch mich durch und tötest den. Hä? Vielleicht. Ah, vielleicht hier unten. Ah, ja. Ah, ja. Let's go. Ah ja, jetzt kommt der kritische Teil. Ja. Let's go. Alter, das nervt mich, dass ich mich da nicht draufstehen kann. Du wirst immer so zurückkatapultiert, so. Bam. Ja. Doink. Hehehe. Ja, voll dunkel. Ich seh nichts. Kein Dreck. Munition. Das ist sehr gut, weil dann kann ich die mal schnell auffüllen. H-Halte dich mal und nimm den... Oh. Die KI hat's. Vorsicht da ist ein... Äh. Wir müssen in der Nähe von dieser Blötenlohre. Aber ich glaub, wir müssen einfach immer weiter. Der muss weg. Der muss weg. Der ist weg, glaub ich. Ja. Das ist ne irgendwas Bombe oder so. Das ist ne Brandbombe. Ich hab alles, also ich bin voll mit Bomben. Ja, ich bin auch. Hinter uns. Da ist die Truhe. Die roten Augen in der Dunkelheit sehen, sieht geil aus, ne? Jawoll, Foliant! Äh, mach mal nicht weiter. Ich heile mich kurz, heile du dich auch mal, hier ist nur ein Gesundheitstrank. Sofort, warte. Und ich nehm noch diesen Folianten mit, dann kriegen wir ein bisschen mehr Points. 4 ist Gesundheit, ne? Ne, 3. 4, 3? Ich weiß nicht. 3. 3. Das siehst du halt unten, ne? Das ist Krühe. Jo, und dann ist da noch einer. Passt perfekt. Oh, dann mach ich jetzt einer. Da haben wir auch noch nen Trank, was ist das? Stärketrank. Da mach ich immer mal 4, was auch immer das sein soll. Was hat mich eigentlich in der Situation so was? Vergeschwichtert? Lila, lila, lila. Jetzt könnten ruhig Gegner kommen, weil ich grad nen Stärketrank hab. Da unten... Da unten ist... okay, ist weg. Bisschen dunkler hier. Okay, erster Scene jetzt auch noch mal. Wir wollen gleich weiter, oder? Ja. Oh nein, ich will mitfahren. Wooh! Komm schon. Hinter uns. Oh! Oh, das sind viele, das sind viele, das sind viele, das sind viele. Oh, ich komm hoch, ich komm hoch, ich bin nicht da. Oh, ich komm hoch, ich komm hoch, ich komm hoch. Oh, ich komm hoch. Jo. Passt weiter. Boah. Das ist noch eine. Stirb. Hast du genug Leben? Ja. Ähm. Links, glaub ich, leuchtet irgendwas. Links und rechts, rechts. Das leuchtet da ne Truhe. Was sind da noch denn? Gar nicht. Kommt jetzt einfach mal wieder her. Weiß es nicht. Was ist da links? 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 Wenn du nicht so viel rum, dann... Wehen. Achso, dann. Ach okay. Hier geht's. Down here, glick, hit me, Blade. Ich bin einer. Ja ja. Ja ja. Ja, ey. War es noch ein Heiltrunk? Wie viel Heiltrunk macht man da? Das ist ein Klaversch. Boah, ich hab's jetzt gerade noch so geblockt, ey. ich habe von hinten drauf gefotzt mit der panzerbrechenden waffe wieso haben wir so hier hier ist überall munition aber richtig viel über diese kisten hier ist eine bombe ich denke an eine spezialfähigkeit wenn da so eine welle kommt ja was ist denn der da so dabei? heil drum, stärke dran hier kommen wir nicht durch wo ist denn lang? oh, 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 oh oh hier sind sie komm ja alter okay die Pantik die war fred die war ne? die war fred 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 Ich mach mal hier weiter, okay? Ja, ich komm mit runter, weil allein sollte man nicht rumlaufen. Oh, hier kommt bestimmt irgendwas. Ah ja. Äh, was? Stirb. Ich hab ihn gekillt. Boah, ist wieder viele. Nein, bitte nicht. Nein, ich komm da nicht hin. Ach, fuck. Also, wenn du da keine Fianca fahrst, hast du voll verkackt, ne? Der Typ da? Ja. Wie ist das alle rauskommen aus dem Loch? So. Hm. Dieser Gestank. Wie eiserndes Fleisch. Ich. Oh, oh. Oh, oh. Komm. Ja, die KI macht das schon. Ja, die KI. Ich hab das schon. Durch das Tor kommt bestimmt irgendwas durch. Ja, ja. Es hat so gewackelt alles. Wahrscheinlich gleich diese ganzen Trolle und so. Gelingen Leuten. Überquere die Brücke. Mach nicht. Die Brücke. Oh, oh. Was kommt denn da? Ja, das geht. Alter, der hat einen Weg. Ja. Es ist gar nichts mehr. Immer diese Kotzgegner, ey. das bestimmte beutewürfel gut jetzt bräuchte ich einmal wieder munition ok hier geht es schon nicht weiter dann hier hallo ihr da unten da geht es raus haus alter zum leben verloren ich denke nie meine tränke her genommen oder meine bomben auch nicht das eine bombe habe ich geworfen das habe ich auszusehen windows geöffnet kurz sie hier ist warum eigentlich akt 1 achso ja stimmt das war akt 1 wir haben ja den zweiten aktie ne wir haben den dritten sehr gut gut ich glaube das ist total irrelevant weil am ende kommt sowieso diese eine ja genau ein schwerter packer kommt die hände aha anerkennungstruhe ein foliant haben wir gefunden und drei beutelwerfel ran nein save das soldat ja kommt wer fertig die truhen öffnen im ferienkampf gehütet ja das ist viel gilt du hast mir als ganzen typen weggestohlen Alter guck mal deine kills an meine kills an ok also wer stil ne das bist du mit einer langen Waffe Digga ja aber ich werde wahrscheinlich jetzt eh wieder bald Waffe ändern Gott sei hell aber ich habe irgendwie mehr Kopfschüsse als du ja ja ich habe ja nur ich habe ja so eine Gatling Gun gehabt so ein Brrrr ja ja ich habe nur 16 Schüsse also also so jetzt öffne ich mal alle true so ich habe nur 2 öffnen oh das Schwert scheiße das Schwert ist die Waffe ist besser geil fortfahren kann ich mal kurz gucken habe ich auch eine Quest abgeschlossen also ich habe 2 Herausforderungen mit diesem gallen Troll haben wir irgendwas geschafft Trug des Imperators Trug des Imperators also ich habe nur eine Quest abgeschlossen ah ne bei Herausforderungen haben wir ja was ne ja Gegner Gegner Belohnung einfordern eingefroren ich habe noch eine bessere Kläfe gefunden yay oh ein guter Bogen eine Halskette eine gute Kläfe Doppelschwerter Doppelschwerter mhm nochmal 3 Truhen zum öffnen ne Schattenarmbrust ok in der Truhe ist eine Truhe alles klar ne es ist ein Amulett wahrscheinlich ja ich weiß schon es sieht nur so komisch aus Ring des Ritters Amulett und die letzte alter was für geile Waffen ja ich war auch richtig coole gefunden so dann mal England sorry oh ja ja dann nehme ich gleich das dabei die welche habe ich gerade ausgerüstet ich weiß das gerade gar nicht ach die da hinten die hat 80 die hat 83 sogar 84 89 geil Mammulett trage ich aktuell die da 72 und das hat 76 Nehmer ist gebombt Nehmer ist gebombt soll ich zuerst mal die ganzen alten Waffen die ich nicht verbrauche einfach einschmelzen und was bringt das dir? Rohstoffe und dann kann ich bessere Waffen irgendeinmal kraften keine Ahnung hab mir nicht so richtig reingelesen was man das alles machen kann hm ok ist die andere macht nur mehr Damage so ja gut das war die 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 keine Ahnung wievielte Mission weiß ich gar nicht mehr es müsste glaube ich die fünfte sechste oder so die siebte Mission haben wir jetzt gespielt jupp und jetzt kommt dann die achte also jetzt spielen wir noch diese Mission Halles Kork und dann denk ich mal dass wir die 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 den dritten äh Akt machen und dann sind wir eh bei der letzten Mission also ja behalte es mal durch aber es dauert doch noch ein bisschen ich weiß nicht diese sind schon relativ langsame Mission naja ich bedanke mich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid bis dahin ciao ciao